ja hallo und ja wir wollen eine coole mail weil sie könnten ja auch wie diese zuschauerin auch auch gerne fragen schicken die persönlichkeitsentwicklungsthema gehen und so und wir haben heute das sehr häufige thema ich kann keine entscheidung treffen bzw frag ständig anderen leute was meiner ansicht nach so eins der weniger bekannten symptome von so einer gewissen coabhängigkeit ist dass ein symptom davon kann tatsächlich sein dass man ewig ist man wirklich nicht die kleinsten also im extremsten fall nicht die kleinsten entscheidungen für sich treffen kann immer andere leute fragen immer diese absicherung sucht man sich selber einfach nicht und man hat einfach dieses urvertrauen in der kindheit nicht bekommen und sucht es dann immer wieder im außen wo man es aber eigentlich nicht findet so ne weil vielen sachen können einen anderen nicht weiter helfen klar bin jetzt schwieriger was das ich wenn du die umlaufbahn eines satelliten berechnen muss und das nicht kannst klar da wird es leute geben die können das ausrechnen und dann weißt du es aber bei vielen lebensentscheidungen ist es ja nicht falsch andere zu fragen also gerade wenn es große entscheidungen sind was sie dazu denken aber letzter konsequenz muss man selber entscheiden weil das fällt einem super schwer wenn man nie gelernt hat auf sich selber zu vertrauen und sich eigentlich ständig in frage stellt was er so ein aspekt ist von einer gewissen co abhängigkeit vielleicht hallo christian ich habe eine frage die sich auf dein video zu karten legen rückbezieht als tatsächlich karten legen also spiele karten legen bei dem es um die gefahr gegen die mit der beratung einhergehen kann nicht muss ja also ist ja nicht nur karten legen also ich stoße immer wieder auf leute die jahre recht abhängig werden von so pseudo spirituellen angeboten irgendwelche was nicht gibt es das noch 090 nummern die man anrufen kann und wo man jeder vielleicht auch im zusammenhang mit so ex zurück geschichten diese ganze diese ja wirklich fragwürdigen sachen wo er dann gesagt wird ja liebte ich also auch wenn jemand nichts mehr mit dir zu tun haben will ja er liebte ich noch ja und man da nicht loslassen kann und weil man immer wieder so eine hoffnung schöpft und aber auch nicht in der lage ist sich selber zu sagen hey das ist quatsch was ich da mache und ich weiß eigentlich alles um das leben geht jetzt hier weiter und es gibt wirklich menschen die die tausende euros rein blasen in solche sachen und kommen keinen schritt voran ich habe wie die mailschreiberin auch auf das gefühl dass ich sehr große schwierigkeiten habe meine eigene entscheidung zu treffen das führt mich zwar nicht zu so fragwürdigen spielangeboten wie wahrsägerinnen aber ich rede zum beispiel meiner ansicht nach viel zu viel mit freunden und familie über meine entscheidung oder schreibe schon länger bei der telefonseelsorge weil ich eine krise hatte und habe auch therapie gemacht ja also spricht natürlich überhaupt nichts gegen verstehe mich hier nicht falsch das ist doch super so was gibt wie freunde familie telefonseelsorge aber das also man das ist so ein bisschen wie wenn man immer wieder die tür schon abgeschlossen und man guckt noch mal ist die wirklich zu ist wirklich zu ist wirklich so also es kann so eine dynamik entwickeln dass man einfach zu nix mehr in der lage ist und auch dann der ersten person nicht mehr vertraut da muss noch jemand gefragt werden und dann noch ein spielangebot und eine telefonseelsorge und man kommt aber nicht vom fleck also wenn es wirklich was nützen würde wenn diese informationen die es da gibt wenn die wirklich ein wirklich weiter bringen dann spricht überhaupt nichts dagegen aber meist macht man so auf die dauer der erfahrung ich komme irgendwie nicht weiter also vor allem wenn ich fünf leute frage habe ich fünf antworten und aber ich fühle dieses problem total ich habe da irre viel mit zu tun gehabt meinem leben also auch wirklich sehr sehr lange dass ich das auch mal gerafft habe dass das eben auch mit diesen anderen dynamiken zu tun hat und ja habe leute zu sachen gefragt wo sie einfach muss einfach keine ahnung von haben und was gar nicht was ich erwartet habe was man da als antwort kriegt vor allen dingen wenn du ich würde mal wirklich sagen wenn du mein liebeschiff programm in irgendeiner weise machst bist du wirklich gut aufgestellt was so bindung und beziehung angeht und wenn du dann irgendwelche anderen leute fragst kriegst du antworten von jemand der wahrscheinlich viel weniger ahnung hat von dem thema als du so ne aber klar es gibt natürlich so ein sweet spot natürlich wenn man sich jetzt überlegt ziehe ich auf mond sich nach kasachstan bleibe ich in deutschland natürlich macht es da sind leute zu fragen das verstehe ich mich jetzt nicht falsch nur an irgendeinem punkt musst du deine entscheidung treffen und ja und auch so ein bisschen was man ja durchaus machen kann aufs universum vertrauen und sagen hey das wird schon irgendwie passen mich nervt dieses gefühl dass ich immer noch angst vor entscheidungen habe eigentlich dachte ich das beste mit der mittel dagegen ist die entscheidung einfach schneller zu treffen um zu erfahren dass man auch gute sachen machen kann um mich bewusst in neue situationen zu bringen würde ich auch sagen ist eine art damit umzugehen ich rede zwar immer noch zu viel darüber aber letztes jahr bin ich zum beispiel zehn tage allein gereist und habe dort neue leute unabhängig kennengelernt perfekt bin allein ins ausland gegangen um dort ein mir komplett unbekannten job ein paar monate zu arbeiten ja und wer hätte dir das raten sollen wie viele leute haben damit erfahrung habe mich entschieden ein master im ausland ausprobieren und versuche bewusst leuten nicht mehr entgegen zu kommen die mich nicht gut behandeln ja also ich kann das total also ich wie gesagt hatte da viel mit zu tun aber eher so im beziehungs ding also im beruflichen dingen eher nicht so aber ich kann mich auch an x entscheidungen erinnern berufliche entscheidungen wo mir leute sogar von abge also massiv von abgeraten haben die sich als als super hochwertige entscheidungen getroffen habe ich ja will ja gleich wieder anfangen damals im jahre 2000 als für euch noch gar nicht geboren waren ja da habe ich mir entschieden eine internetseite zu machen für meine eheberatung und paartherapie wurde was und wie alle leute gesagt haben du spinnst man guckt doch in die gelben seiten und vielleicht beruflich ist mir das immer leichter gefallen auch mit den online-kursen und alles die rechtzeitig bevor korona ist also das problem ist auch vielleicht hast du eine intuition die andere gar nicht nachvollziehen können und du spürst eine intuition dass du irgendwas machen sollst was weiß ich wie ein master in kasachstan und das kann kein menschen nachvollziehen fragen sie was willst du was willst du in kasachstan aber du hast das gefühl ist eine geile idee und dann ist tatsächlich eine gute idee das zu machen natürlich mit sicherheitsnetz unter umständen oder klar intuition vertrauen das hat auch so seine tücken also kann sich auch mal vertun und man sollte schon aber es gibt ja eigentlich für allermeisten sachen wie ich zurück und und keine entscheidung treffen kann auch ein riesen nachteil sein also insofern ja wie schafft man es noch unabhängiger zu werden und die eigenen entscheidungen nicht ständig zu hinterfragen beziehungsweise ein eigenes gefühl stärker wahrzunehmen meditation fragezeichen ja klar kannst du meditation machen aber ich bin auch ein großer freund von so verhaltens und spielt hier von irgendwelchen verhaltens orientierten sachen also ja genau jetzt einfach einfach tun einfach entscheidungen treffen also das machst du auch schon und dann vielleicht feststellen wo da kommt was gutes bei raus oder auch wirklich mal schwecken sage ich mal wenn du andere leute gefragt hast also wenn du jetzt wirklich einen super guten ratgeber hättest weil dann wird es mir doch nicht schreiben dann besser auch ja kann man ja vielleicht darauf hören aber wenn du jetzt feststellst bei euch fragt meine eltern ich frage die wahrsagerin ich frage die telefonseelsorge und es kommt immer und die sachen funktionieren aber eigentlich nicht dann solltest du das vielleicht mal für dich feststellen in dein tagebuch schreiben und einfach schwecken das ganze und wirklich mal ja wie sowieso ein kleiner wissenschaftler gucken welchen nutzen habe ich denn davon dass ich andere leute frage also das hat mir geholfen dieses dann irgendwann mal festzustellen die ratschläge die ich bekommen habe waren einfach schlicht und ergreifend falsch ne und und das ist so der prozess aber das geht nicht von heute auf morgen also ich finde das ist eine der sachen die ich auch erstaunlich schwierig finde weil das klingt immer so easy meine ganz viele leute fragen ja gar nicht das ist die sagen soll ich andere leute fragen ich finde es eigentlich eine gute idee eigentlich ist es nicht an sich falsch es ist nur wie gesagt wenn man das auf so einer vielleicht kenne ich ja jetzt nicht eines eines vielleicht etwas co-abhängigen persönlichkeitsprofils machst dann ist es nicht gut ne also ansonsten klar natürlich wenn du fragst was hätte ich was gesagt wie legst du geld an frage so ein profi aber unter umständen kriegst auch keine vernünftige antworten meine wer viele leute wissen auch viele sachen nicht aber klar wenn du irgendeinen profi hast in irgendwas wie wie spielt man tennis und du hast ein tennis profi natürlich kannst du den fragen aber selbst da wird irgendwann punkt kommen wurde vielleicht eine sache ein bisschen anders machst als der tennis profi und das würde ich aber genau das richtige ist so ne ja wie so viele sachen macht die dosis und müssen das gift so ne aber viele menschen kapitalisieren werden deine dann wunsch bestätigung zu bekommen die du eigentlich gar nicht brauchst werden das kapitalisieren viele menschen leben davon ne ist so zum beispiel zweifle ich gerade sehr meine entscheidung mit dem master und denke ständig an die alternative die wir jetzt nicht kennen scheinbar aber ich traue mich nicht abzubrechen weil ich nicht sicher bin ob es doch nicht gut ist wie es ist ja das natürlich jetzt eine große entscheidung und ja natürlich ist es da in ordnung mal jemanden zu fragen dass wirklich weiß also wird die telefonseelsorge dir wahrscheinlich auch nicht weiterhelfen können und familie wahrscheinlich auch nicht aber vielleicht hilft ihr die studienberatung weiter also müsste es dann könnte also es bringt nur leute zu fragen die auch wirklich mehrwerte liefern können und trotzdem musst du letztlich deine entscheidung treffen also dass klar es würden viele würden sagen master abbrechen machst du erst mal zu ende und ja klar aber ich weiß es nicht was die alternative ist ich muss immer daran denken bei einem von meinen kindern in der schule da ist immer wurde immer mit dem lamborghini vorgefahren und das waren eltern die hatten einen schrottplatz also ich meine muss heute nicht wenn du eine coole geschäftsidee hast musst du einen scheiß irgendwie machst du auf dein auto aufkleber hauptschule 1998 und wirst reich mit einer coolen idee und brauchst kein master und gar nichts also ich kann jetzt auch nicht weiterhelfen jetzt fragst du mich natürlich ist auch hatte auch so eine gewisse ich gehe deswegen mal eine ebene höher ja also wirklich zu überlegen was sind jetzt institutionen leute die den mehrwert bringen können ja julie ist hier wieder ein bisschen unausgelastet und aber wie gesagt nachdem du dann diese klar das macht natürlich schon so da informationen zu sammeln aber wenn deine institutionen dir einfach sagt ich habe einfach einen keinen fucking bock mehr auf diesen master ich meine keine ahnung andererseits wenn du jetzt zwei monate vor abschluss stehst macht man es vielleicht noch zu ende also her wie schafft man es diesbezüglich noch mehr echte selbstvertrauen aufzubauen und weniger an sich in den eigenen entscheidungen zu zweifeln genau es geht um selbstvertrauen kannst du auch meinen selbstbehauptungskurs machen aber letzten endes ja es ist schon was du machst einfach entscheidungen treffen und wer soll dir das sagen irgendwie also das ist ja also das ist weiß nicht auch sachen die du vielleicht kaufst oder so ich meine wer soll dir sagen ob du jetzt diese jede anschaffung machen sollst oder oder jene nicht also letzten endes gibt ja auch viele viele dinge die in sich erstmal keinen sinn haben sondern nur für einen selber so ne aber ja es macht schon sinn dass du üben glaube ich und dann festzustellen wo ich fahre da eigentlich ganz gut mit oder wie gesagt mal zu tracken ob du mit den äh sachen von anderen leuten besser fährst aber ich kann auch wirklich nur alle die auch dieses video gucken nur waren wenn ihr auf diesem liebeschiff weg seid oder auf so einem ähnlichen weg der persönlichkeitsentwicklung und euch weiterentwickelt werdet ihr wünsche haben und sachen machen die andere von vorne bis hin nachvollziehen können einfach weil die euren weg nicht nachvollziehen können weil vielleicht einem ganz anderen punkt seid und viel mehr möglichkeiten habt als es die anderen menschen vielleicht haben vielleicht habt ihr befreit ihr euch von nehmen und ihr befreit euch von toxischen beziehungen startet beruflich richtig durch habe viel mehr geld und trefft dann und sagt dann vielleicht war ich keine ahnung ich kauf mir einen halli davidson oder was weiß ich wo so andere sagen warum warum machst du warum warum kopf sich ein motorrad warum ist doch gefährlich warum warum eine halli davidson warum nicht eine kawasaki für 2000 euro oder was weiß ich ja weil es dir spaß macht weil du bock drauf hast und weil du es jetzt kannst so vielleicht ne und und dann leute die dann vielleicht weniger in seiner fülle sind können es vielleicht überhaupt nicht nachvollziehen und also in einem ganz anderen mindset und sind vielleicht wirklich in einer ganz anderen ganz anderen bubble als so einer ganz anderen frequenz und da kann man das auch nicht nicht in sich besser oder schlechter aber die können dir da nicht raten so ne und ja auch so exzessiv die telefonseelsorg anzurufen kann zeichen davon sein dass das man einfach nicht klarkommt dass also bei dir ist jetzt so ein bisschen so ein allgemeines thema finde ich auch auch mal spannend häufig ist natürlich bin liebesding so dass man soll ich den exiger anrufen solche nicht anrufen soll ich schreiben solch auf diese nachricht antworten da machen sich viele leute komplett fertig mit anstatt es einfach zu lassen so aber ja dann gesagt wenn ihr meinen meine sachen hier macht viel meinen videos gucken meine programme macht ihr seid wirklich gut ausgestellt in beziehung das soll ich auch immer wieder und können sachen viel besser einschätzen und wisst eigentlich genau das war toxisch ist mir nicht gut muss ich lassen fragte jemand anders sagen die vielleicht ja aber nicht doch wenn ich doch wenn ich doch immer wieder schreibt der toxische ex ist doch ganz lieber schreib doch zurück und dann war es ein schlechter rat wirklich richtig ganz schlechter rat das ist jetzt beim master ein bisschen anders weil es jetzt nicht so ein 0 1 thema aber vielleicht ist für dich auch ein 0 1 thema keine ahnung und wo liegt die grenze dazwischen sich stur nichts mehr sagen zu lassen manchmal ist am blick von außen ja auch hilfreich und sich total abhängig zu machen also ich finde schon gut wenn du ein zwei leute fragst die wirklich ahnung davon haben aber wenn du wie gesagt jetzt wegen dem master fünf mal bei der telefonsäure anrufst und und weil sie nicht deine ganzen familienmitglieder befragst die vielleicht gar nicht studiert haben oder so dann wäre es vielleicht ein abhängig machen ich persönlich denke der unterschiedlich darin noch mal sein eigenes gefühl zu der sache in der stille noch wahrnehmen kann oder nicht ja sicherlich aber wenn man jetzt mal ganz ernste mit intuition bräuchte ich niemand fragen braucht sie nicht mal also wenn du wirklich geübt ist der intuition zu folgen brauchst eigentlich niemanden fragen also das ist auch das ist nicht so einfach dass man jetzt bei größeren sachen vielleicht noch mal ein zwei andere stellen mit hinzuzieht genau deswegen ganz guter mittelweg ich finde das thema super spannend noch mal zu vertiefen auch wie es mit koabhängigkeit zusammen das hängt das ist ein meiner ansicht nach ein krasses symptomtum von koabhängigkeit haben gute frage wirklich und woher es kommt ja in der kindheit einfach kein urvertrauen soll letztlich auch egal ob sitzt in der kindheit liegt ob deine eltern nicht ja nicht nur unterstützt haben aber mein gott eltern sind auch noch menschen ob es genetisch spielt einfach keine rolle du gehst es einfach nimmst es war gehst es an guckst wie weit du kommst versuchst es abzustellen was du nicht abstellen kannst versucht man in liebe anzunehmen aber ja versuchst immer ein bisschen besser zu werden und mehr um mehr muss man nicht machen in diesem leben woher es kommt vielleicht das gefühl ständig fehler zu machen in der kindheit von wegen du hast sie es vergessen jenes falsch gemacht ich glaube das können auch kann schon sein was können auch subtilere sachen sein dass deine eltern einfach nicht präsent war und ich nicht gespiegelt haben das reicht schon unter vielleicht in verbindung mit einer gewissen genetischen disposition genau ich habe den eindruck ich müsste dieses verhalten von hilflosigkeit als wüsste es andere immer besser in meinem leben an manchen stellen noch aufräumen um selbstsicher zu werden auch wenn mir mein umfeld häufig spiegelt dass ich selbstbewusst wirke ja du kannst ja das ist wie gesagt das ist bei mir auch eine sache die ich sehr spät das so richtig verstanden habe weil ich mir dachte es macht doch nichts andere zu fragen also sehr gute mail sollten sich alle das hören wirklich wenn ihr auch probleme hinter die ohren schreiben also es kann nicht auch sein dass du schon sehr selbstbewusst wirst und trotzdem viel zu viel fragst irgendwie kann absolut sein dank für deine videos und deine kurse mein ziel für dieses und nächstes jahr ist es jedenfalls unabhängigkeit aus unabhängigkeit selbstliebe und auch fremdliebe also in umgang mit anderen meinem leben bewusst dazu gestalten würde mich enorm über eine video antwort freuen alles gute lieben dank danke für die coole frage und wir sehen uns bald wieder freuen wir sehen uns bald wieder